Das 1914 eröffnete Waldbad in Bad Lobenstein, idyllisch gelegen, mitten im Thüringer Schiefergebirge, lädt seine Gäste mit der größten Wasserfläche Ostthüringens ins Gröseltal ein. Mit einer Wasserfläche von 50 x 80 Metern ist es ideal für alle, die das sportliche Vergnügen bevorzugen. Aber auch die Gäste, die das Kühlen nass nur zur Abkühlung brauchen, kommen täglich von 11 bis 19 Uhr zu ihrem ungetrübten Badespaß. Ausreichend Platz zum Relaxen bietet die große Liegewiese. Wer sich sportlich beträgen möchte, hat nicht nur auf der neuen Volleyballanlage die Möglichkeit, auch die Tischtennisplatte bietet Gelegenheit einen unvergesslichen Sommertag zu verbringen. Schläger und Bälle vergessen? Kein Problem. Neben Sonnenschirmen, Liegen, Taucherbrillen, Schwimmnudeln und anderen Wassersportgeräten stehen auch diese in der Ausleihe zur Verfügung. Für die kleinen Gäste steht neben dem einen Babybecken auch ein Sandkasten sowie ein Krabbeltunnel bereit. Klettergeräte, Schaukeln und eine Reckanlage runden das Ganze für die Größeren ab. Fußballspielen erlaubt, heißt es im Waldbad. Ein kleines Spiel, ganz in Familie, auch dafür ist reichlich Platz hier im Koseltal. Im Wasser selbst sorgt ein Wassertrampolin für Badespaß. Langeweile? Fehlanzeige. Und wie kalt ist denn nun wirklich das Wasser? Also wir haben eine Quelle und einen Tiefbrunnen. Da kommt das Wasser her mit einer Temperatur von 8 Grad Celsius und wird halt hier durch die Sonne, durch den Beton bis auf die angeblich Temperaturen, die jetzt halt vorherrschen, aufgeheizt. Momentan 21 Grad. Also wir haben es schon geschafft bis auf 27 Grad, aber dann brauchst du halt auch dementsprechend Sonneneinstrahlung. Für das leibliche Wohl sorgt mit zahlreichen Angeboten unser Kiosk. In angenehmer Runde unter den zahlreichen Sonnenschirmen kann man den Alltagsstress hinter sich lassen. Das Waldbad im Koseltal erreicht man mit dem Fahrzeug über die B90 Richtung Wurzbach. Kurz nach dem Ortsausgangsschild folgend der Beschilderung steht ein kostenfreier Parkplatz zur Verfügung. Herzlich laden wir Sie ein von Juni bis August ins Waldbad Koseltal. Ein Bad, das viel Charme und einiges mehr zu bieten hat.